Ja, sprechen wir über den richtigen Zeitpunkt, um neue Partner in deinem Network zu gewinnen. Es geht um eine Sache, um einen Auslöser, der in den letzten Stunden bei mir passiert ist und ich möchte dich ja darüber informieren. Und zwar, ja, in den letzten zwei Jahren, ja schön, dass du da bist, in den letzten zwei Jahren haben wir einen grundlegenden Wandel in der Akquise erlebt. Also nicht nur im Network Marketing überhaupt und dieser Wandel, der ist wirklich spürbar. Ja, ich habe vor einigen Tagen eine Nachricht bekommen und da drinnen stand, Willi, ich möchte gleich richtig starten. Und genau das hat mich auf eine Idee gebracht. Zwar die Idee, dass die ganze Akquise sich verändert hat. Es ist wirklich so, ja, vor einigen Jahren, wie ich damals im Network Marketing gestartet bin, habe ich, oder gestartet habe, habe ich drei Sachen gelernt und die stimmten damals auch. Man muss sagen, damals war eine andere Zeit. Damals hatten viele dieser Aussagen noch Gewicht. Und zwar eine Aussage war, die Anzahl der Kontakte ist wichtig. Ja, das war so. Damals war so, jemand, der mehr gemacht hat, der mehr akquiriert hat, jemand, der mehr Sprachnachrichten geschickt hat, der hat einfach wirklich mehr Partner gewonnen, mehr Kunden gewonnen. Der nächste Punkt war dann auch dieses Go for No. Ich habe das damals am Anfang auch den Leuten gesagt. Go for No, da gibt es auch ein Buch, aber das ist mittlerweile überholt. Das heißt, wir suchen das Nein. Manche haben gesagt, bei einem Nein fängt es erst richtig an. Das habe ich nie gesagt, muss ich ehrlich sagen. Das war ein bisschen too much, weil wer mag schon gerne ein Nein? Nein, aber Anzahl der Kontakte, Go for No, das war doch wichtig. Und was damals auch eine gewisse Wertigkeit hatte, war, dass man versucht hat, durch Bekannte, durch Freunde, sein Netzwerk zu erweitern. Ich meine, ich war einer der Ersten, denke ich, überhaupt, die das nicht wollten, weil ich viel verbrannte Erde hatte, dass ich es rausbringe und mir das nie geschmeckt hat. Jetzt haben wir aber einen massiven Wandel erlebt. Früher war es auch so, wir haben, das hat es wirklich mal gegeben, den Fernseher um 20.15 Uhr aufgedreht und haben uns dort das Programm vorschreiben lassen. Zuerst einmal haben wir uns vorschreiben lassen den Termin, nämlich 20.15 Uhr und dann noch den Inhalt des Programms. Wir haben uns dann immer mehr Werbung vorsetzen lassen etc. Heute funktioniert das natürlich völlig anders. Wir haben Netflix, wir haben Prime. Das heißt, wir bestimmen, wann wir was schauen ohne Werbung. Und das ist natürlich ganz was anderes. Man muss auch sagen, der Wandel ist aber auch bei Social Media, bei Facebook, bei Instagram und so zu spüren. Früher war es so, hat man irgendwie den Eindruck, wenn Leute irgendwelche Postings gesehen haben, haben sie Emotionen entwickelt und haben gedacht, wow, das mache ich. Obwohl sie eigentlich gar nicht so richtig in der Laune waren. Mittlerweile habe ich den Eindruck, das wird doch viel, viel weniger. Warum? Die Leute wissen genau, was sie wollen und sie wollen nicht manipuliert werden. Es schwingt immer das mit, wenn ich mich da entscheide, naja, ich habe es ja gar nicht selbst gewollt, ich werde ein Stück manipuliert. Und da hat sich was in den Köpfen geändert, das muss man sagen. Warum ist der Zeitpunkt, wann ich die Information zu einem Menschen bringe, der entscheidende? Das ist der entscheidende Punkt, um neue Partner im Network zu gewinnen. Es ist ganz einfach. Drehen wir es um. Wenn ich die richtige Person zum falschen Zeitpunkt erwische, kostet es mir enorm viel Kraft, laugt mich aus und ich bekomme viele Nein. Grundsätzlich war die Person vielleicht vor drei Wochen offen ins Network einzusteigen, aber du bist drei Wochen zu spät, vielleicht drei Tage zu spät oder drei Stunden und all das ist schon vorbei. Das heißt, du kannst jetzt nur darauf hoffen, dass die Person irgendwann wieder an dich denkt oder du beginnst mit mühsamen Follow-ups, wie sie noch immer gelehrt werden, von dem ich nicht viel halte. Warum drehen wir den Spieß nicht um? Die Zeit ist reif, die Menschen wollen das. Warum konzentrieren wir uns nicht darauf, wir beide, dass du gefunden wirst? Das heißt, wenn jemand sagt, jetzt heute, und das sagen jetzt heute tausende von Menschen, tausende, ich kenne die Zahlen, ich sehe die Zahlen bei Google Analytics im Keyword-Planer, tausende von Menschen wollen heute ins Network-Marketing einsteigen. Stell dir vor, jemand sagt, ich möchte im Network-Marketing starten und finde dich. Geht das überhaupt? Natürlich geht das. Und hier sind wir schon bei der meist unterschätzten Funktion auf Facebook. Facebook, wie soll ich sagen, die meisten denken bei Facebook immer an Posten, Post and Pray. Ich poste und dann kriege ich Partner und Kunden. Aber kaum jemand denkt an die meist unterschätzte Funktion auf Facebook. Und das ist die Suche. Die Suche ist wunderbar. Wir sprechen hier von der zweitgrößten Suche nach Google, das ist so. Und der größte Vorteil ist, ich erwische die Menschen dann, wenn sie selbst bereit sind. Also wenn jetzt jemand in der Suche bei Facebook etwas eingibt und dich findet, dann hast du gewonnen. Aber wie kann man dort natürlich vorne sein? Ich habe mich viel, viel beschäftigt in den letzten Tagen, Wochen, Monaten. Das Wichtige sind und bleiben die sogenannten Relevanzkriterien. Wenn du jetzt im Speed-In-Up bist, hast du einen riesen Vorteil. Dort gibt es diesen Workshop, den Content-Generator. Schau dir nochmal an. Schau dir nochmal die Relevanzkriterien an. Und dort lernst du wirklich das, was wirklich wichtig ist, das Gold. Und dort lernst du das, wie du nach vorne kommst. Das heißt, wir haben diese Relevanzkriterien im Inhalt, wenn wir Inhalte erstellen. Und dann brauchen wir noch das ganz Wichtige, öffentliche Gruppen. Weil die öffentlichen Gruppen jetzt sehr, sehr stark gepusht werden in der Suche. Und dadurch ist es viel, viel leichter. Ich denke, ein Ziel sollte sein, dass du sagst, okay, meine Aktivitäten, 100% habe ich an Zeit. Und 80% meiner Aktivitäten widme ich, um ständig und immer gefunden zu werden. Das bedeutet jetzt aber auch von den 80%, dass wir nicht in eine, wie soll ich sagen, in eine Akquiserolle wiederkommen. Ich muss tun, ich muss machen, ich muss posten. Sondern zu den 80% zähle ich vor allem auch schon, dass du mal lernst, das Wissen zu konsumieren, um die Relevanzkriterien festzustellen. Das ist nicht dieses Los, gehen wir und sofort wieder was tun, sondern das Richtige tun. Und das ist aus meiner Sicht so wichtig. Achtung, und das meine ich jetzt positiv. In Kürze wird man sogar mit den Kurzvideos, mit den Reels gefunden. Und zwar in der Facebook-Suche und auf Google. Ich habe es schon mal erwähnt hier, ich habe es auch schon gesehen. Das heißt, wenn man zukünftig lernt, wie man Kurzvideos auf Instagram und auf Facebook betrifft, beide Plattformen erstellt, wird man auf der Suche bei Facebook gefunden und gleichzeitig bei Google. Und was das zusätzlich bedeutet, wenn du das richtig machst und wenn du dann auch noch so lernst, wie ich das dir lerne in dem Bonuskurs, wie man Reels-Kurzvideos erstellt im Speedinar, schau dir das nochmal an, wie du dann diese Leute, die da sind, in Partner verwandelst, ganz einfach durch ein Drei-Schritte-System, dann hast du gewonnen. Wenn das keine guten Aussichten sind, ich möchte dich sensibilisieren. Das Leben hat sich geändert, die Menschen haben sich geändert, wahrscheinlich du auch ein Stück. Beobachte dich mal selbst, wie du als Konsument bist. Und ich denke, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Arbeiten, ein ruhiges Arbeiten. Manchmal schreiben mir auch die Menschen, Willi, du bist ziemlich ruhig im Vergleich zu früher. Ja, warum? Weil ich meine Strategie geändert habe. Ja, es ist natürlich so, man soll nicht permanent nur Power, Power, Power geben, weißt du, wie ich meine. Und wenn es nicht sein muss, warum machen wir es uns schwieriger? Ja, früher war die Welt im Network-Marketing anders. Aber diese tollen Technologien und was sonst noch alles kommt, ist wirklich wunderbar, was sich hier tut auf Facebook. Und ja, einfach Danke, kann man dafür nur sagen. Schön, dass du da bist. Rock it. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.